Hey ho hey ho, hey ho hey Hey! Eins jetzt und mehr! Ich tot du! Spass! gonna... Aaaaaaaah! Ich wusste nicht, dass ihr alle hochkommen. Ich dachte, wir oben safe! Oh Gott, da kommt jeder Clown auf mich zu wörtern! Wie kommt das? Tadadadada! Tadadadada! Tadadadadadadadadadadada! Willkommen zu Let's Play Gaming Warfare 2... Auf uns Colosseum! Colosseum. Ah, was waren wir denn? Au, ich hab... Uh, ich habe... Was spiel' ich denn? Palaeontologe oder Zoolog oder Archäologe oder Chemiker oder Astronaut, Physiker, Doktor Giftig, Mirosbiologe. Ich glaube, ich spiele mal so ein Wicht. Habe ich noch nie gemacht. Die MP zerfetzt, wo sagt Stromschaden springt auf mehrere Ziele über. Das hat gerade eben viel Spaß gemacht. Was habe ich denn dafür aussehen? Das hat mich die ganze Zeit voll irritiert. Die Lesebrille finde ich gut. Werte habe ich noch keinen. Ach. 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 So. Ich bin bereit. Mäh. Ich spiele jetzt mal so ein Wicht. Habe ich noch nie gemacht. Wird bestimmt interessant. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Ich sehe gut aus. Das ist das Wichtige an dem ganzen. Einfach gut aussehen. Ja. Wie du dein Gesicht weckst, ist das so schnell. Und eine Heilbombe nehme ich auch. 50 Lebenspunkte. Interessant. Ja, das ist echt Knaller. Hi. Ich bin mal eine Zielscheibe, würde ich sagen. Hanni ist so dick, die hat ihren eigenen Orbit. Ich meine, hübsch siehst du aus. Huch. Nice. Kannst du mir dein neuner Eisen mal zeigen, Trevion? Ja, Moment, ich mach mal kurz die Hose auf. Ich lasse euch denn mal alleine. Komm, wir gehen. Ja, wir gucken uns erst mal um, was hier vielleicht der beste Badengarten ist. Der beste Badegarten. Römischer Badegarten. Ich komme irgendwie nach einer Stunde nach. Eine Stunde brauchst du dafür also, aha. Naja, ich bin ein kleiner Pirat mit zwei Holzbeinen. Habe ich zwei Holzbeinen? Ganz ehrlich, die haben diese Chance total verpasst. C hier ist total toll zu verteidigen und schön. Der ist vor allem hübsch, heißt egal, wie der zu verteidigen ist. Alter, ist das schön hier. Aber hier sind wir im Kolosseum, bei Bö. Ja, aber C, Leute, ist hübsch hier. Ist hübsch, ja, na, dann hat C gewonnen. C wins. Guck mal, hier ist ein Hammer. Geil. Wow, 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 was? Achso, du bist dran. Das war, das hat sich ein bisschen... Ich glaube, das ist so süß mit dem Smiley-Face. Das sieht so süß aus. Das sieht so unglaublich süß aus. Wo ist der Hammer? Ach, hier. Und jetzt? Oh Mann, jetzt möchte ich dich erst aus dir haben. Weil ich denn dich kicke, dann kicke ich dann, wusch. Oh! Oh. Okay, stell dir auf, ja? Cripp, Bruder. Voll gut. Ich muss immer nur... Ich kann auch nicht gucken, wie so... Oh, ich bin deine Fehlscheibe. Wie, hier steht der kurz? Ich stell da hinten ein Heil-Dings auf, weil der steht ja auch wieder sehr gut. Und... Und dann... Gucken wir mal, was wir alles bepflanzen können. Meine Maus spackt hier schon wieder ab. Machen wir hier mal einen Boxer. Hier oben ist nichts. Was ist das denn? Man hat hier voll wenig Sachen aufzustellen. Hinterhalt, O-Bot. Der Stolz von Zombos Mülltonnenbrick... Nehme ich einfach mal. Einfach nie. Explo-Botter. Okay. Der nehme ich. Was da? Nein! Oh, Mann! Oh! Oh, hier oben gehen auch noch zwei. Die Pflanzen wachsen. Also nehmen wir hier auch so ein Vieh. Da oben sind sie... Oh, ich komme da überhaupt nicht hin. Oh, hallo! Ich habe... Total die... Die schlechte Reischweiß. Oh, aber hier Feuer. Das Feuer passt ganz gut hier. Wow, 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 wow. Hi, Wurschel! Hihihihi! Das ist so wunderschön. Boah, wer hat die denn weggeümmelt? Du? Krass. Okay, ich chill einfach im Garten. Ihr macht das schon. Irgendwo lebt noch einer. Ich kann ja mal ein bisschen Papagei fliegen. Aber ich glaube, ja, der... Ja, Vogel! Vogel! Vogeln! Vogel! Äh, was? Einfach ein bisschen frogeln. Einfach ein bisschen frogeln, ja. Okay. Piep, 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 piep. Piep, piep, kleiner Satellit. Das ist nicht noch gut. Oh, 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 oh. Die Gegner, sie sphauen rein, vor... Aua! Das ist doch nicht so eine gute Idee. Doch, doch, genial. Oh, shit! Du weißt, es sieht so aus, dass da extrem viel kommt. Der Heiler ist down! Kann ich mit den Papageien... Nee, ich kann dich wegkicken. Warte. Nice. Ich versuch, dich mal zur Gruppe zu kicken. Neun, acht, sieben... Ich kann dich nicht wiederbedehen. Ich... Oh Gott, ist das hier ein Ding! Ich will nämlich mal wieder! Das ist gut. Nee, das wäre zu knapp gewesen. Ich hatte noch eins. Ja, die Zeit stoppt aber dann. Ja, aber wer weiß, vielleicht hätte das nicht geklappt. Warte, dann wär's nach der Welle wieder... Ich sterbe! Ich glaube. Du nicht! Stop's dann! Nice! Okay. Wir sollten, glaube ich, nicht so weit nach vorne. Ja, ich wollte doch mal ausprobieren. Wo steht die Heilblume? Ähm, hinten, ganz hinten. Ah, ihr habt's gesehen. Umkreis prüfen, doppelt. Oh, 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 okay. Was? Checkpoint rennen, was ist das? Hunde. Das ist die Liebe der Welt. Oh, los, lauft durch den Checkpoint. Ich kann's leider nicht machen, hier drüben. Schiff, wir machen. Ach, durch die Checkpoints muss man laufen jetzt. Lauf hier hoch, du musst das machen. Ich versuche hier, Leute aufzuhalten. Okay, ich lauf weiter. Ja, Sam. Auf weiter, ich versuche die Fliecher jetzt zu filmen. Oh, halt. Genau, lauf du weiter, wir machen hier Dinge. Hier sind Fußgelblumen. Komm mal! Glaub' ich. Boah, das ist der Kacke, dass ich so langsam bin. Das sind Checkpoints, sehr gut. Da hinten ist der Nächste. Normal laufen auch nicht so schnell. Geiss. Was ist da, Kaktussen? Ja. Ich bin tot. Wuschel, Wuschel, ich komme. Geil. Dreh führung, dreh führung, dreh führung. Oh Gott. Oh Gott. Deine Lebenspunkte. Ja, du hast zehn Lebenspunkte, das ist so wenig. Bisschen hochheilen hier. Jetzt hast du mich aufgehalten. Tut mir leid. Job's dann. Danke. Bitte, lauf Schlampe, lauf. Ey. Nicht du, dreh führung. Oh, wir haben es geschafft. Yay, sehr gut. Gutes Checkpoint-Rennen. Wo sind noch die Fliecher? Ich weiß nicht. Nur die beiden, hinterher. Hier unten ist noch einer mit dem... Oh ja, ich weiß nicht. Ne Kippis. Ne Kippis. Ne Kippis war das. Aber auch nur Welle abgeschlossen. Ich gehe erstmal baden. Also das ist ja hier... An diese wenigen Lebenspunkte muss ich mich gewöhnen. Ja, du hast viele mit dem Roboter dann. Ja, du hast dann über 300 mit dem Roboter. Okay. Die Zweierfertigkeit. Ja, ja. Aber die spare ich mir am besten auf, ne? Voll... Ja. Doch, ja. Kann man die nur einmal einsetzen oder hat die einfach nur einen Mega-Cooldown? Ne, die hat auch einen Mega-Cooldown. Ach, die blöde Eins. Die hältst du ziemlich tot, du Spaß. Ah! Du hast aber wieder Spaß dahin. Ah! Ich wusste nicht, dass die alle hochkommen. Ich dachte, wir sind hier oben safe. What the fuck? Dankeschön. Das war es aber noch nicht. Ach so, der Chilter, der Katast. Oh, oh, hier unten. Oh, sehr gut. Hier unten. Eine... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, Bohnen. Nein, ich habe eine Rose gefunden. Die hat Dorn. Die Rose hat Dorn. Alter, willst du mich farschen, oder was? Oh Gott. Battle 2. Au! Oh Mann! Diese... Warte, ich habe... Ich habe dich. Könnt ihr wuscheln? Oh mein Gott. Oh Gott, ich... Oh Gott, ich... Habt ihr es? Ich habe dich. Dankeschön. Komme, komme hier. Nein! Kann ich dich trotzdem wiederbeleben? Langsam. Okay, sehr gut. Ich bin abgeschlossen, alles gut. Holy Crap, ich bin eine Ziege. Ich weiß. Äh... Ja, das Vereinigung muss... Hinterhalt und... Nein, nein, hat niemand gesagt. Geh weg. Du bist halt die Pflanzen, du Zombie. Geh doch weg. Oh, Geld, Geld. Ja, für die Geld. Ey, das ist so witzig. Immer wenn das... Der ist so dumm. Voll gut. Guter Typ. MVP. Ja, nice! Dave, MVP. Ist so. Ist so. Ja. Dave, Dave. Alter, alter... Komm schon nochmal Geld, 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 Geld. Bitte, 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 bitte. Oh Gott sei Dank. Okay, gut. Jetzt haben wir nur den Feuer, Hansel. Ja, muss... Ey, ich habe ihn schon gefunden. Oh mein Gott, wie der abgeht. Oh, den Wicht hat er voll gefecht. Ja, abgeht, ey. Boah, da sind mega viele Rosen, ne? Bleib mal einfach neben meine Heilgranate und versuch zu überleben. Das klappt nicht! Entschuldigung, ich habe mich erledigt. Wo, wo bist du? Komme, ich glaube ich. Ich wille mich mal selber wieder, das ist kein Problem. Okay. Oh, wir wären doch da gewesen. Ne, das ist so ein bisschen, weil zu viel an mir dran ist, das ist nicht so lustig. So dick bist du nicht. Oh, shit, ich bin gleich tot. Ja, du hast da Stress gerade. Ja, ich bin, ähm, wollt ihr oder soll ich? Ja, weiß nicht, ob ich... Ich mach, ich mach, alles gut. Ja, ja, weil ich sag ja, die Situation ist da so ein bisschen unbezüglich gerade. Genau. Ne Lasersonnenfotze, ich glaube, es geht los. Blume, Blume. Oh, ich bin schon Level 2. Glückwunsch! Okay, der Baum ist jetzt zwei, äh, blau, weiß. Ja, das sieht ein bisschen, Trefium wurde erledigt. Der hat mich voll zerlegt. Nein, aua! Ich stehe wieder auf, ihr... Ja, ja, ist okay, vielleicht kann mich jemand wiederbeleben, weil sonst hätte ich nur noch eine, ihr erst recht. Jo, ich trau mal... Oder Wuschel, gehst du hin? Ja, ich kann das versuchen. Zehn. Ich sterbe jetzt. Neun. Ah, Sonnenblume! Acht. Sieben. Bin fast da. Sechs. Fünf. Oh, Gott sei Dank. Musst du nur die Sonnenblume noch aus dem Weg holen. Du bist so süß. Du bist der dumme Baum, ne? Ich kann ja mal stehen langen. Na also. Oh, oh. Der Papagal kommt. Prä! Jo, gib jetzt hier einfach mal ein Feuerwerk. Also, ist noch nicht ready. Schießt du mich mal nicht ab? Hier, Kollege. Jo, das können wir auch so einfach klären. Genau. Der Golfer ist voll schlecht. Hallo. Ich komme auch mit meiner Klasse überhaupt nicht gleich. Ich auch nicht. Ja, nicht. Das ist voll scheiße. Der Papagei ist da. Alles ist gut. Kleiner Vogel. Aber es ist wirklich... Kleiner Vogel. Aber es ist wirklich... Wirklich ein bisschen komisch. Hallo, Honigbeil. Da sitzt ein Riese. Hallo. Der sagt Miau, Miau, Miau. Pass auf, dass der dir auf die Fresse hau. Ähm. Der Pirat ist langsam. Das ist scheiße. Ja, aber übel. Oh, bin ich jetzt wirklich da hoch? Das brauchen wir alle von da an. Pust der Blume. Oh, scheiße. Ah, Sombrero, Brero. Alles, alles, alles. Einmal alles, was es gibt. Blumen. Oh, come on. Oh, shit. Brifion, deck mich. Oh mein Gott, was kommt denn von da? Okay. Also, als ich meinte jetzt, gib mir Rückendeckung. Nein, 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 nein. Brifion, mach das, was die Frau gesagt hat. Oh mein Gott, ich stehe sogar in meinem Heilteil dran. Ich gehe mal wieder, hallo. Uh. Wobel 3 erreicht, wenn mich das wenigstens irgendwie so... Scheiße, sind ja mien. Das finde ich jetzt mega... Alter! Neu, wie er zusammengezogt ist. Hast du so ein Heil-Dingsüber? Ja, hier, hier. Geil. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach die falsche Klasse für meine Spielweise. Ich muss nah dran. Ja, ich dachte, wir sind das Spiel einfach nur kacke. Ja, echt. Aber dafür läuft es ganz gut. Ja, das ist erschreckend. Das ist auch noch schwer, ne? Ge, 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 kacke. Was ist denn hier wieder los? Hieso kommen die denn alle von da? Können die nicht von dort kommen? Oh mein Gott, pickt euch doch ins Mie. Ah, 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 ah. Mie im Leben. ihr könnt mich mal. Los, explodier schnell! Alter, ich lade so langsam nach, das ist fast nicht mehr normal. Mal ein Schild. Komme! Ja, okay. Ich lieg im Tunnel. Ich seh's schon. Hier ist überall Heilo. Wo ist der Blume? Au! Danke! Wow, diese Sonnenblumen gehen ab. Äh, wenn ich Sonnenblumen spiele, dann oben drefe ich uns vor sich. Oben achten scheiße, oben sind sie. Garten, Garten! Bin dran, bin dran. Alles gut, Welle abgeschlossen. Oh, man. Easy. Ja, zehn bis zum nächsten nur, ey. Ich glaub, die haben sie nicht mehr alle. Da ist plötzlich meine Musik ausgegangen. Ja, meine auch. So, plopft weg und jetzt stille. Aber jetzt hab ich so ganz leise. Ne, meine ist auch da. Matschkürbis! Oh, nein! Wir müssen den Matschkürbis matschen, aber richtig. Okay. Der ist hier oben, Alter. Glaub ich. Ach, der ist zu zweit. Gibt das? Ich hoffe. Der nimmt recht viel Damage, also... Na gut, der ist da da nicht nah dran, dann kann ich auch mal mithelfen. Oh, shit. Ich habe einen Pass für euch. Ah, ich bin runtergefallen. Wieso geht denn der schon so nah an den Garten ran? Ah! Jetzt dreht er sich umgedreht. Okay, gut, gut, gut. Nevermind. Hab nichts gesagt. Hab mich auch nicht beschwert. Du Kackvogel. Au, da müssen wir Damage machen, ey. Ja. Was hast du am Garten? Scheiße! Ich halte ihn einfach auf! Damage! Oh Gott, der hat doch noch nur Pixel! Bam! War das jetzt knapp oder war das knapp? Ja, abgeschlossen. Steht da oben. Das ist gut. Okay, jetzt kommen wir von allen Seiten hunderte an Pflanzen. Nicht mal was treffen würde, wenn ich auch Olaf fiel. Pusteblumen sind so süß. Ah, Treheon! Ja, hallo? Du bist mir einfach weggeschoben. Das tut mir leid, du bist okay. Nee, das tut ihm nicht leid. Ich vertraue dem nicht. Wuschel, ich wünsche mir von dir ein Video, wo du den spielst, irgendwie Multiplayer und die ganze Zeit nichts anderes machst als... Okay. Nee. What? Wer? Was?! Läuft! Da waren noch eine Kaktusse. Ach, ja. Was ist der Pirat? Mit einem Sniper-Gewehr. Das wäre nicht schlecht. Gibt es bestimmt irgendwann. Aber so... Du musst dran zoomen, dann hast du ein Sniper-Gewehr. Leck mich doch am Arsch! Dein Ernst? Oh mein Gott, was? Ah, Scheiße. So nicht, Paprika, Mais, was? Wieso gibt's eigentlich keine Paprika? Ähm, weil ich gegen Paprika allergisch bin und deswegen eine Petition gegen die Beklage. Als DLC für 2,50 Euro. Ja, genau. Ich würd's spielen und kaufen. Ich hätt gerne eine Tomate. Ich hätt gerne eine Banane. Banane, ey, wär so gut. Damit kann ich siegen. Oh, Level 3. Das ist doch mal gut. Oh, guck mal. Schnapper, 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 schnapper. Ich wurd' geschnappert. Ein Problem, hab dich. Wenn meine Musik auf einmal abgeht, auf einmal sehr laut, ne? Ich wollt grad sagen, geht's... Oh, da ist was am Garten. Ganz, ganz nah am Garten. Ich bin dran, ich bin dran. Ich helf dir. Alles gut. Alles weg? Alles okay, alles, alles. Alles gut. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui jetzt kommt hier auch gott sei dank zum glück keine bohne ich sag wie es ist zum glück keine scheiß bohne die bäume sind ja so mehr so wie die kagantua die kölner multi-papageien kill der baum kratzt aua der hat die tannenzapfen aus seinem kopf geholt und auf mich draufgeworfen die bitch das ist ganz schön mit köpfchen hier lässt du wohl meine bots in ruhe ok hat man hat die akku verloren alles in ordnung der kommt jetzt wieder da außen rum deswegen haben wir jetzt wieder zwei ich konnte ihn so lange nicht beschäftigen ja da hinter hinter dem hinter dem baum links sind sind zwei sonnenblumen bring dich in sicherheit warte bist du deinen anzug hast du dann hox den weg ich habe meinen anzug aber ich wollte mir den jetzt für dinge zu aufbewahren die flucht weißt du ja ja ist vielleicht ganz sinnvoll das schaffen wir schon irgendwie oh mein gott was zur holle wieso der wusste gar nicht von meiner existenz jetzt explodiert er jetzt hier feuer ins gesicht findest du das geil oder was findest du das geil hi ich geh da mal nice oh der zweite war oh gott dahinten oh gott die rose oh gott ich kann mich auch selbst wiederbeleben sonst oder ich sterbe ich weiß es noch nicht ganz ach so ok ah ich bin eine ziege ja ich dauer nein 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 oh gott oh gott oh gott ich bin gerade wiederbelebt und Alter willst du mich verarschen diese scheißrosen ich äh oh ich kann nicht wiederbelebt werden oh nice nein 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 oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh my god oh gott oh gott ah ich kann mich auch nicht mehr wiederbeleben ich kann mich nicht mehr wiederbeleben oh wo 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 ok du hättest den anzug vielleicht dann doch ja sonst mach das jetzt mal im moment hol dir den anzug ja alles wo sei es hier honey wo bist du 4 3 2 1 schnell drücken oh gott sei dank das war knapp alter war das oh gott oh my god fuck was ich hab nicht mehr viel leben ja weiß nicht was mein anzug alles kann ich drücke jetzt einfach mal knapp bist du im bist du im mac ich weiß es nicht glaube ja hast du dich raus teleportiert oh tötet die sonnenblumen da bin rose das ist viel schlimmer tötet die rosen die ist jetzt bei euch die ist jetzt bei euch ist tot der baum ist doch da Die Nachladezeit von dem Ding ist sowas von ätzend. Aber ist jetzt noch der Baum, wenn ich das richtig sehe. Der kriegt jetzt einfach hier ein Fass schön in den Rücken. Dann wisst ihr Bescheid. Boah, was war denn das für ein ätzender Scheiß. Diese Rosen sind halt auch hier absolut asozial. Heilen! Heilen! Ich verpisse mich jetzt schon mal Richtung, weil ich wette, es kommt irgendwie in die Mitte oder sowas. Ich hab jetzt auch keine Wiederbelebungen mehr. Ich auch nicht. Ich hab noch eine. Eine müsste ich gar nicht noch haben. Nicht sterben. Aber man kann sich nur noch einmal wiederbeleben. Das ist doof. Oh Gott. Oh Gott, da kommen schon wieder so viele Pflanzen. Was ist denn das für eine? Ich hab die Zone gefunden, ich pflanze. Warte, heilen wir mal. Heilen wir mal. Heilen wir mal. Heilen wir mal. Egal. Dreh schon Lauf. Hi. Alles gut. Ich hab's. Oh Gott. Hinter uns. Dieser hinter uns. Ah! Ihr kleinen Ficker! Explodier doch endlich! Danke! Wir haben mal Ton. Scheiß Topf. Ey, geh mal nicht in Töpferunterricht. Mach mal was vernünftiges in dummen Pflanzen. Genau. Mach mal Mathe oder so. Schnapper, schnapper, schnapper. Vorsicht. Ja, ich steh hier aber direkt an Heil-Gedöns dran, deswegen... Oh Gott. Das ist grad nicht so feierlich alles hier. Nee, das ist echt scheiße. Noch ein paar Sekunden. Au, 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 au. Oh Gott, hier sind viele. Ja. Ich brauch nur Heilung, dann geht das direkt los. Oh mein Gott. Sonnenblumenstuhl. Ich weiß noch mal Heilung. Ich weiß noch mal Heilung. Oh mein Gott, bitte, bitte. Oh Gott, nein, nein. Alter. Das war dann feststressig. Oh mein Gott, das ist ätzend. Den Garten nehm ich nie wieder. Der ist sehr hübsch, aber... Mit anderen Klassen und so ist das auch was anderes. Ja. Eventuell, ja. Aber wir haben's geschafft. Das war schon eklig. Diese Rosen, Alter, diese Rosen. Aber gibt Geld? Ja, doch. Wow, 22.000. Äh, genau so viel hatten wir auch bei dem Supergarten. Ja, das weiß ich auch nicht, der war ein total nutzloser. Das war scheiße. Das war scheiße. Oh ja. Komisch. Aber wir haben's geschafft, wir sind supergurt. Oh Gott. Und der Pirat ist scheiße. Ja, ja, doch schon so ein bisschen. Boah, ich bin jetzt aber auch durch für heute. Ja, ich glaube auch. Ihr Muschis! Nein, ist ja in Ordnung. Auf in den Hinternhof. Ist ja in Ordnung, wenn euch die Hände abfallen oder der Popp... Ich muss morgen noch arbeiten. Ich hab auch keinen Bock, aber gut. Ich kann morgen... Das Schlimmste war heute Morgen, 5 Uhr aufzuwachen, ohne dass der Wecker geklingelt hat. Oh Mann. Und festzustellen, oh, es ist ja Samstag, ich kann schlafen. Und zwei Sekunden später, Augen aufreißen, es ist Freitag. Es ist Freitag. Es ist Freitag. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Oh, das war so kuschelig. Ich hätte heute Morgen ausschlafen können, aber da meinte mein Vogel irgendwie so eine Konversation mit einem anderen Vogel draußen starten zu machen. Oh. Geil. Dann war ich wach. Ich hab ein Nest neben meinem Schlafzimmerfenster. Oh. Ich hab mich inzwischen dran gewöhnt, aber die ersten paar Nächte... Piep 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 piep. Halt die Krise! Genauso. Ich bin nicht immer ans Fenster gegangen, hab die böse angeguckt, geh drei Meter weg. Piep 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 piep. Ich sag's wirklich schwöre, genau so klingt das. Ist nicht einfach so piep 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 wie so ein Vogel... Piep piep wie so eine Alarmsirene. so gut. Alarm, 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 Alarm. So eine Art. Okay, Leute, tschüss. Ja, tschüss. Jetzt zur Feuerwehrwache. Brains.